Jetzt geht es einmal darum, aus dieser Inventor-Datei eine STL-Datei zu exportieren, sodass wir nachher mit dem 3D-Druckprogramm, welches auch immer das ist, die Datei oder den Chip hier in diesem Fall für den Druck vorbereiten können. Dazu gehe ich einmal hier oben auf Datei, sage Exportieren und wähle dann ein CAD-Format aus, also ein beliebiges 3D-Format. Bei Dateityp muss ich hier unten nicht DWG auswählen, das wäre ein 2D-Format, sondern ich nehme hier STL-Datei und kann das Ganze jetzt eigentlich schon abspeichern und dann habe ich meine STL-Datei. Ich möchte aber vorher hier unten noch einmal auf Optionen klicken und hier ein paar Einstellungen vornehmen. Ich muss einmal darauf achten, dass es hier sich um Millimeter handelt und dann bei der Auflösung möchte ich hoch haben, weil dann die Druckqualität einfach besser wird. Sonst ist im schlimmsten Fall der Kreis hier einfach nur ein 20-Eck und wenn ich die Auflösung hoch mache, dann sind das auch einzelne Polygone, also es ist eckig, aber so, dass man es eigentlich nicht mehr sehen kann. Das heißt, hier einmal Millimeter und hoch. Und dann klicke ich auf OK und speichere das Ganze. Das war es schon. Jetzt kann ich meine STL-Datei einmal kurz öffnen. Und zwar habe ich jetzt hier meine STL-Datei gespeichert und die kann ich jetzt entweder mit dem Bamboo-Slicer öffnen, das habe ich vorkonfiguriert, dass er automatisch mit dem Bamboo-Slicer geöffnet wird, oder mit dem Prusa-Slicer oder welchen Slicer auch immer ihr habt. Also STL-Dateien können mit jedem Slicer geöffnet werden. Und jetzt habe ich hier mein Einkaufs-Chip auf meinem Druckbett und sehe, wenn ich ganz nah ran zoome, ich habe hier eigentlich kaum Polygone. Doch, jetzt sieht man sie hier. Aber das ist halt die hohe Auflösung. Das fällt beim 3D-Druck später auch überhaupt nicht mehr auf. Und daher, das Ganze können wir jetzt für den 3D-Druck vorbereiten, aber nicht mehr in dieser Playlist, sondern dafür habe ich eine eigene Playlist erstellt, die ihr jetzt in der Infokarte auch einfach mal anklicken könnt. Dann kommt ihr nämlich auf die Playliste, wie bereite ich Dateien für den 3D-Druck vor und worauf muss ich dabei achten. Und dann kommt ihr mit dem 3D-Druck. 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 Vielen Dank.